Kapitel 12, die letzte Milchsuppe. 7.57 Uhr, Schichtbeginn. Ich betrete mit einem sonnigen Moin zusammen das Schwesternzimmer, wo wir immer Übergabe machen. Was ist los? Lange Gesichter, frage ich. Herr Zimmermann ist heute Nacht verstorben, sagt Gudrun betreten. Stille. Nur die Kaffeemaschine röchelt vor sich hin, was mir irgendwie respektlos vorkommt. Es war ja zu erwarten. Aber dass der alte Gentleman mit den großen blauen Augen und den buschigen Augenbrauen tatsächlich irgendwann geht, berührt uns alle mehr als erwartet. Ist er schon unten, will ich wissen. Ja, sagt Gudrun. Und wir bedauern, dass wir ihm nicht das letzte interne Geleit geben konnten. Was war noch heute Nacht, will Gudrun wissen. Die Nachtschwester schaut auf ihre Notizen. Herr F. vertritt die Chemo überhaupt nicht. Ich habe ihn ja das letzte Mal vor einer Woche gesehen und er hat total abgebaut. Abgemagert und tüddelig. Er ist nicht wieder zu erkennen. Sie blättert weiter in ihre Notizen und grinst. Ach ja, und das hier war noch irgendwie witzig. Die Feuerwehr hat einen Besowski eingeliefert. Damit er sich nicht verletzt, haben wir ihn nicht in einen Rollstuhl gesetzt, sondern haben ihn auf eine Matratze im Flur gelegt. Dann ist er aber doch von der Matratze gerollt und hat sich das Nasenbein gebrochen. Alle lachen. Der Tag beginnt und der 40-jährige, karektische Patient wundert sich, dass er auf einmal in ein Einzelzimmer verlegt wird. Noch mehr wundert er sich, als Gudrun ihm das Essen komplett verhüllt bringt. Schutzanzug, OP-Maske, Handschuhe, Überziehschuhe, das volle solchen Schutzprogramm. Was ist auf einmal los, will der Patient wissen. Es tut mir leid. Sie haben sich dieses neue Virus eingefangen, sagt Gudrun. Was? Erwidert er. Sie meinen es ist? Ja. Sie haben Aids, sagt Gudrun. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen können. Aber wie es genau aussieht, das bespricht nachher der Arzt mit Ihnen. Und tut mir leid, dass wir Sie nur noch in dieser Montur versorgen können. Das muss bedrohlich wirken. Der Patient, der offensichtlich schon eine Ahnung hatte, antwortet traurig. Naja, schlimm wäre es, wenn ich Sie und Ihre Kollegen angesteckt habe. Ich bin ja schon einige Zeit hier und Sie haben mich ja einige Male aus der... Naja, Sie wissen schon. Hoffentlich ist Ihnen wenigstens noch nichts passiert. Im Schwesternzimmer klingelt das Telefon. Heute ist Chefarztvisite. Der Chef würde gerne mit der Visite loslegen und fragt, ob es passt. Aidsche hat gerade gewischt und der Boden ist noch nicht trocken, antwortet Gudrun. Okay, das ist gar kein Problem, sagt der Professor. Ich rufe einfach in einer halben Stunde nochmal an. Vielleicht passt es dann ja. Also bis später und herzliche Grüße an Aidsche. Silke steckt gerade den Kopf zur Tür rein und fragt etwas spöttisch. Mensch, was ist los? Visitenabsage und klarer Genese oder was? Dann geht sie weiter und lächelt. Mittags kommt das Essen hoch und wir verteilen die Tabletts. Das Tablett von Herrn Zimmermann ist übrig und steht in der Küche. Willst du die Milchsuppe von Herrn Zimmermann? Frag ich Hajo. Nö, irgendwie nicht, sagt er. Und das komplette Menü geht wenig später und berührt zurück in die Küche.